Im Sommer 2009 ist Banksy kein punkiger Sprayer mehr, kein Outlaw. Seine Werke werden von Galeristen von der Straße weg und ohne moralische Bedenken weiterverkauft, wie ich euch in der letzten Folge erzählt habe. Ich bin stolz darauf, dass wir das Original aus London von der Wand runtergeholt haben und das zum Beispiel an einem sehr berühmten Regisseur in Hollywood verkauft haben. An wen? George Lucas. Die Hollywood-Stars lieben ihn. Seine Bilder erzielen Rekordpreise bei großen Auktionen. Aber ist das noch Graffiti? Auch Banksy scheint da Bedenken zu haben. Ich möchte nicht als derjenige in Erinnerung bleiben, der eine völlig legitime Form der Protestkunst mit Geld und Prominenz verseucht hat. Was für Banksy an diesem Punkt nicht mehr geht, einfach die nächste große Ausstellung in einer Lagerhalle machen und dort seine Werke verkaufen. Das Ding ist durch. Sein nächstes Projekt muss wieder rebellisch sein. Was Banksy plant? Eine Art Rache. An der Stadt, die seine Werke sehr lange hat überstreichen lassen. Noch zu einer Zeit, als Banksy schon längst erfolgreich ist. Eine kleine, aber feine Rache an Bristol. Dass sie das geschafft haben, ohne dass der Stadtrat es gemerkt hat. Obwohl es dessen eigenes Gebäude ist, das ist wirklich unglaublich. Das ist unglaublich, wirklich. Oh, hold up, before we get started. Guess who's coming? Guess who's coming? Guess who's coming? Ich bin Nordrun Schütz. Back to camp, who is it? Und das ist Banksy. Rebellion, Rekord. Ein ARD Audiothek Original von rbb Kultur. Vollgesetz. Rache an der Kunstwelt. This is the first show I've ever done where taxpayers' money is being used to hang my pictures off. Dies ist die erste Ausstellung, die ich je gemacht habe, bei der das Geld der Steuerzahler dafür verwendet wird, meine Bilder aufzuhängen, rather than scrape them off, statt sie abzukratzen. Am Morgen vom 13. Juni 2009 ist die Direktorin vom Bristol Museum extrem nervös. Sie leitet das leicht verstaubte Provinzmuseum mit wenig Geld und wenig Zugkraft. Heute eröffnet die Sommerausstellung. Die Direktorin ist dafür ein großes Risiko eingegangen. Erst 36 Stunden vor der Eröffnung haben ihre MitarbeiterInnen erfahren, was hier gezeigt werden soll. Die Stadtverwaltung von Bristol hat sie noch später eingeweiht. Die weiß es erst seit gestern. Jetzt kann es jeder auf dem Schild am Museumseingang lesen. Banksy vs. Bristol Museum. Klingt so, als hätte Banksy ein komplettes Museum gekapert. Plötzlich möchte die ganze Welt ins Provinzmuseum nach Bristol, an dem selbst die eigenen StadtbewohnerInnen normalerweise wenig Interesse zeigen. Die Leute reisen aus den USA an, aus Uruguay, aus Japan. Auch Banksy-Experte Ulrich Blanché ist mit in der Schlange. Ich erinnere mich, dass ich mit zwei Freunden dort war und Karten gespielt habe. Stundenlang. Wir saßen da am Boden, wir waren einfach sehr früh da. Und dann durfte man endlich rein und es war unglaublich voll und ich habe unglaublich viel fotografiert. Gleich in der Eingangshalle steht ein Banksy mit einer starken Aussage. Eine klassische weiße Löwenskulptur, von deren Maul rotes Blut tropft. Die Peitsche des Dompteurs zwischen den Zähnen, als wäre der aufgefressen worden. Heißt klar, hier lässt sich niemand zähmen. Und Banksy macht keinen Halt vor den klassischen Kunstwerken im Museum. Hier wird einfach alles auf den Kopf gestellt. Das Spannendste an der Ausstellung war ja sozusagen nicht dieser Banksy-Teil, der einfach der untere Teil war. Sondern das Spannendste an der Ausstellung war, dass man ja durch die ganze Sammlung gegangen ist und alles angeschaut hat. Weil es war einfach klar, in jeder Abteilung sind irgendwo Banksy-Sachen versteckt. Und man wollte die einfach finden. Es war wirklich wie so eine Schnitzeljagd. Eine Schnitzeljagd mit politischen Seitenheben. An der historischen, kunstvoll geschnitzten Roma-Kutsche, die hier seit Jahren ausgestellt steht, klebt ein Zettel mit einem Räumungsbefehl. Das Rad ist mit einer Kralle blockiert. Banksy prangert Bristol an. Hier werden Lebensweisen verboten. Volksgruppen verfolgt. Banksy hat auch die Unterdrückung der freien Kulturszene in den 90er nicht vergessen. Ein echter ausgebrannte Eiswagen und übereinander gestapelte Festival-Klos stehen hier. Und dann? Da. Zwischen den ausgestopften Tieren des Museums bewegt sich etwas. In Terrarien. Lebensmittel. Man hatte dann zum Beispiel so Chicken McNuggets, die Füße hatten. Und die haben dann gepickt wie Hühner. Und wo haben sie reingepickt? In so kleine Plastikdöschen mit so einer Chili-Soße. Heute wird mal keine echte Elefantendame ausgestellt. Hier mahnt Banksy Tierrechte an. Und schon geht's in die nächste Abteilung. Zu den Mineralien. Er hat wirklich interagiert mit diesem Museum. Die Leute haben wirklich danach gesucht. Und es gab auch online dann wirklich Diskussionen darüber. Wie kann man das noch finden? Wo ist denn noch was? Was ist denn in der Abteilung? Da habe ich noch gar nichts gefunden. Auch die historische Gemäldesammlung hat es abbekommen. Aus einem Ölgemälde mit Arbeiterinnen auf dem Feld hat Banksy eine Frau ausgeschnitten. Sie sitzt jetzt mit einer Zigarette in der Hand auf dem Goldrahmen und macht Pause. Da sie sich nicht wie die anderen zu Boden bückt, sieht man jetzt eindeutig, es ist eine schwarze Frau. Eine Sklavin? Auf jeden Fall ein passendes Bild in einem Museum der ehemaligen Hafenstadt, das voll ist von Schätzen aus der Kolonialzeit. Unter dem Banksy-Bild steht einfach nur Local Artist. Ich habe sehr viele Sachen gefunden, ich habe aber auch nicht alles gefunden. Und man hat auch nicht alles gefunden aus dem Grund, weil Banksy das im Laufe der Laufzeit der Ausstellung verändert hat. Viele gehen mehrmals in diese Ausstellung und werden vor allem von einem Banksy-Exponat magisch angezogen. Der Nachbau seines Ateliers. Das ist ein Aktenschrank, wo dann steht irgendwie gute Ideen, schlechte Ideen, Ideen anderer Leute und die verschiedenen Banksy-Tag-Schablonen in fünf verschiedenen Größen und sowas. Also das war einfach sehr interessant, weil man ganz viel auch im Hintergrund hat gesagt, ah ja, das gehört zu dem Werk, ah, das gehört zu dem Werk. Das ist ein Detail, was ich von dem Werk kenne. Das hier sind gebrauchte Schablonen. Echte Schablonen, mit denen Banksy früher illegal Graffitis in Bristol gesprayt hat. Die Schablone vom Blumenwerfer zum Beispiel. Quasi Beweismittel. Im Museum. Für die jahrzehntelange Verfolgung rächt sich Banksy jetzt. Er setzt die Puppe eines Polizisten in voller Kampfmontur auf ein Schaukelpferd. Der Polizist schaukelt ohne Pause vor sich hin. Kritik an Bristols Politik im eigenen städtischen Museum. Und das von einem Künstler, der für eine Kunstform steht, die hier jahrzehntelang verfolgt worden ist. Der folgende Satz musste dann doch in den Flyer zur Ausstellung. Das Museum unterstützt oder duldet keine Form illegaler Aktivitäten. Unabhängig von ihrem künstlerischen Wert. Aber reicht das, um die Stadträte in Bristol im Zweifel zu besänftigen? Vielleicht. Es gibt nämlich einen Effekt, den feiern alle. Banksy bringt Geld nach Bristol. Viel Geld. In nur zwölf Wochen hat das Museum mehr als 300.000 Besucher. Damit landet es in dem Jahr auf der Liste der zehn bestbesuchten Ausstellungen der Welt. Für ein Provinzmuseum unglaublich. Und die TouristInnen, die bleiben nicht nur im Museum. Banksy schreibt auf seinen Ausstellungsflyer. Ja, Bristol ist berühmt für Trip-Hop und Sklaverei. Aber warum probieren sie nicht eine der anderen Köstlichkeiten, die es zu bieten hat? Aber warum nicht Sample one of the other delighted has to offer? Viele kleine Geschäfte in Bristol sind vor Banksy's Heimkehr kurz vor dem Bankrott. Damit fehlen Steuereinnahmen. Die Stadt spart, wo sie nur kann. Jetzt boomt das Geschäft für Hotels, Restaurants und Cafés. Bristol muss zwar wegen der nie dagewesenen Besuchermassen um die 60.000 Pfund für zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen ausgeben, hat aber schon vor Ende der Ausstellung 15 Millionen Pfund raus. Es ist ganz klar, es lohnt sich, die Rache und die kleinen politischen Nadelstiche von Banksy auszuhalten. Und dass Banksy im jahrelangen Streit um Graffiti in Bristol das letzte Wort behält. Denn eigentlich ist diese Ausstellung das größte Geschenk, das Banksy seiner Heimatstadt machen konnte, wie die Bristol Evening Post schreibt. Auch die Graffiti-Sprayer der ersten Stunde in Bristol beobachten den Hype um Banksy. Die Auswirkungen waren phänomenal. Das ist Felix Brown alias FLX. Ihr kennt ihn aus der zweiten Folge. Ich kenne Leute, die damals im Stadtrat von Bristol gearbeitet haben. Deswegen weiß ich mit Sicherheit, dass dem städtischen Kunstteam nach der Ausstellung Banksy vs. Bristol Museum gesagt worden ist, geht los und kommt mit einer Idee für eine Veranstaltung im nächsten Jahr zurück, die zeigt, dass wir die Bedeutung von Street Art für diese Stadt verstehen. Inky, ein Künstler, der in den 80ern in Bristol wegen illegaler Graffiti vor Gericht musste, darf in den nächsten beiden Jahren ein großes Street Art Festival veranstalten. Mit internationalen Street Artists, die riesige Wände bemalen. Mitten im Zentrum von Bristol. Dank Banksy. Das ist also sein Vermächtnis in Bristol. Und dafür zolle ich ihm von ganzem Herzen Respekt. Aber es gibt auch Kritik. Journalisten, die Banksy vorwerfen, jetzt ein Museumskünstler zu sein und endgültig zum etablierten Kunstbetrieb zu gehören. Die können ihren Punkt allerdings nicht machen. Wie man im Vertrag mit dem Bristol Museum sieht, Banksy behält über diese Ausstellung komplett die Kontrolle und bleibt unabhängig. Er hat nur ein einziges symbolisches Pfund vom Museum angenommen. Den Rest bezahlt er selbst und stellt den Besuchermassen die Ausstellung sogar gratis zur Verfügung. Wie ein großzügiger, anonymer Kunst-Mitzen. Aber so eine riesige Show, dann muss Banksy doch ein Team sein, oder? Banksy als Künstler ist eine Person. Aber dann gibt es ein Team von Kollektiven, Künstlern und Designern, mit denen er zusammenarbeitet. Das ist John Nation, der Banksy persönlich kennt. Ihr kennt ihn aus Folge 1 und 2. Aber wie kann Banksy dann seine Identität geheim halten bei so vielen MitwisserInnen? Das Team um Banksy muss in einem Vertrag unterschreiben, seine Identität niemals preiszugeben. Das ergibt natürlich alles Sinn. Ein Künstler, der mit Schablonen-Graffiti angefangen hat, warum sollte der es plötzlich schaffen, Chicken Nuggets und Polizisten auf Schaukelpferden so nachzubauen und elektronisch auszustatten, dass sie sich in Dauerschleife bewegen können? Er ist kein Spezialist auf diesen Gebieten, aber er kennt Leute, die es sind. Und es gibt einige Leute, die ich kenne, die an dieser Ausstellung mitgearbeitet haben und die Künstler in Bristol sind. Und einige dieser Leute arbeiten auch für Artman-Animations. Das ist eine Produktionsfirma für Animationsfilme in Bristol, die ihr wahrscheinlich vor allem für ihre Filme mit den Knetfiguren Sean das Schaf und Wallace & Gromit kennt. Banksy arbeitet also mit der Filmbranche zusammen? Die Antwort ist ja. Und zwar schon lange. Sogar schon, bevor er seine Elefantenshow in Los Angeles eröffnet hat. Film ist unglaublich demokratisch und zugänglich. It's probably the best option if you actually want to change the world, not just redecorate it. Er ist wahrscheinlich die beste Option, wenn man die Welt tatsächlich verändern und nicht nur umdekorieren will. Nicht mal ein Jahr, nachdem er im Bristol Museum war, macht Banksy künstlerisch etwas komplett Neues. Etwas, mit was bis dahin niemand gerechnet hat. Er bringt einen Film heraus. Exit through the Gift Shop. Auf dem Sundance Festival und der Berlinale ist er schon gelaufen. In England feiert er im Februar 2010 Premiere. Inoffizielle Premiere. Und zwar in London im Banksy-Tunnel. Dem Ort von Banksy's Cairns Festival. Ein Wortwitz. Cairns Festival bedeutet Sprühdosen-Festival. Klingt für Engländer aber gleich wie Filmfestspiele von Cannes. Im Tunnel sind Sitzreihen aufgebaut. Es ist feucht, kühl und schmutzig. Jeder hat erwartet, dass Banksy eine Street-Art-Doku macht. Das ist RJ Rushmore. Ein Typ, der damals immer wieder von Banksy zu seinen Veranstaltungen eingeladen wird, weil er einen spannenden Blog über Street-Art und Graffiti schreibt. Er ist 2010 bei einer Filmvorführung im Banksy-Tunnel mit dabei. Schon in den ersten Minuten, wo es diese tolle Montage von all dem Filmmaterial, von den verschiedensten Arten von Street-Art und Graffiti gibt, denkst du, vielleicht werden die Leute sauer sein, dass Street-Art durch diesen Film noch mehr zum Mainstream wird, als es das ohnehin schon ist. Aber es ist interessant. Der Tunnel ist voll mit Menschen aus der Graffiti-in-Street-Art-Szene. Und sie johlen. In der Anfangsmontage erkennen sich viele selbst, wie sie im Dunkeln von hinten gefilmt auf Brücken klettern, in U-Bahnhöfen kritzeln, Straßenschilder verändern, Werbung manipulieren, mit Feuerlöschern vorbeifahrende Züge besprayen, von Leitern fallen oder mit erstaunlichen Stunts vor der Polizei wegrennen. All das Material der letzten Graffiti-Jahrzehnte, Best-of, hier zusammengeschnitten und mit einem Song unterlegt, in dem jemand singt, heute Nacht gehören die Straßen uns. Eine echte Hommage an die Szene, an die anarchischen Momente. So weit, so erwartbar. Aber dann? Und dann fängt der eigentliche Film an. Und es ist einfach so eine wilde Geschichte von Mr. Brainwash. Mr. Brainwash. Banksys Film zeigt das Leben von diesem Künstler. Er ist Franzose, heißt Thierry Guetta und ist der Cousin von Street Artist Invader. Durch ihn gerät er in die Szene und fängt an, überall auf der Welt Graffiti-Künstler und Street Artists bei ihren illegalen Aktionen zu filmen, ohne sich dabei besonders geschickt anzustellen. All die Videobänder, die ich gefilmt habe, selbst wenn sie gut waren, die haben nirgendwo hingeführt. Die Bänder sind irgendwo in Kisten gelandet. Manchmal habe ich sie nicht beschriftet. Manchmal habe ich das Jahr draufgeschrieben, manchmal gar nichts. Aber ich habe sie nie wieder angeschaut. Irgendwann wird Thierry Guetta eine große Ehre zuteil. Er darf den anonymen Street Artist Banksy filmen. In diesem Abschnitt von Exit through the Gift Shop zeigt sich Banksy von seiner politischen Seite. Mit der Aktion, bei der Thierry dabei sein darf, kritisiert Banksy die USA. Durch eine menschengroße Puppe, die aussieht wie ein Häftling in Guantanamo Bay, im orangefarbenen Overall, mit einer schwarzen Folterhaube über dem Kopf. Ein Mahnmal für die große Demokratie USA, die Menschenrechte bei allen Menschen einzuhalten, auch bei Terrorverdächtigen. Dieses Mahnmal stellt Banksy nicht irgendwo aus. Er hängt den Häftling mitten in die Konsum-Glück-Glitzer-Welt des berühmtesten Vergnügungsparks der Welt. Im Film sieht man, direkt nach dieser Aktion in Disneyland Kalifornien findet die Ausstellung Barley Legal statt. Ihr erinnert euch, der Elefant im Raum und Brangelina, die Banksys Werke kaufen. Die Auktionspreise für Streetart schießen durch die Decke. Banksy drängt Thierry, seinen Dokumentarfilm fertigzustellen, damit die Welt sehen kann, um was es bei Streetart in Wirklichkeit geht. Unter anderem mit der Aktion in Disneyland. Aber als Thierry ihm seinen Film zeigt, ist Banksy entsetzt. Das war der Moment, in dem ich gemerkt habe, dass Thierry wahrscheinlich kein echter Filmemacher war, sondern einfach ein Typ mit psychischen Problemen, der zufällig eine Kamera hat. Banksy möchte das ganze tolle Filmmaterial von Thierry haben, um einen eigenen Film daraus machen zu können. Um seinen Kumpel in der Zwischenzeit abzulenken, schlägt Banksy vor, dass Thierry selbst Streetart machen könnte. Eine Idee, die er bereuen wird. Thierry hat von Banksys Elefantenshow gelernt. Er nennt sich Mr. Brainwash, nimmt eine Hypothek auf sein Haus auf, um eine riesige Lagerhalle und ein Produktionsteam zu mieten und macht, frei von jedem Talent, eine riesige Kunstausstellung. Um für seine Show zu werben, holt er sogar ein Zitat von Banksy ein. Mr. Brainwash ist eine Naturgewalt, er ist ein Phänomen und ich meine das nicht im positiven Sinne. Auch schlechte Publicity ist gute Publicity. Die Zeitungsartikel bringen private Kunstsammler dazu, Thierry sogar noch vor der Eröffnung seiner ersten Ausstellung anzurufen und ihm seine Bilder für mehrere 10.000 Dollar abzukaufen. Allein in der ersten Woche der Ausstellung nimmt Thierry eine Million Dollar ein. Seine Werke werden auf der ganzen Welt in Ausstellungen und Galerien präsentiert. Sie haben Bezug auf Banksy genommen und gesagt, dass ich genauso gut sei. Ich liebe das. Banksy's Film zeigt mit viel Sarkasmus. Es geht nicht ums Können, es geht nicht um die Botschaft. Jeder Hans Wurst kann in der Kunstwelt kommerziell erfolgreich werden. Aktuell eben besonders gut mit Street Art. Deswegen auch der Filmtitel, der klingt wie ein Hinweisschild in einem komplett kommerzialisierten Museum. Exit through the Gift Shop. Banksy's Fazit zum Film fällt dann auch eher ernüchternd aus. I used to encourage everyone I knew to make art. Früher habe ich jeden, den ich kannte, ermutigt, Kunst zu machen. I don't do that so much anymore. Das tue ich jetzt nicht mehr so oft. Banksy hat mit diesem desillusionierenden Fazit bei R.J. Rushmore einen Nerv getroffen. Wie bei vielen bei der Premiere. Ich kann das so gut verstehen. I feel that. I so feel that. Durch seinen Blog ist R.J. zu einem wichtigen Verfechter der Street Art und Graffiti Szene geworden. Er weiß um die Ideale der Anfangszeit. Zeit, demokratisch, niedrigschwellige Kunst auf der Straße für alle. Aber was er mittlerweile alles auf der Straße an Street Art sieht, das hält er kaum noch aus. Ich gehe durch die Lower East Side in New York und denke, oh mein Gott, diese Dinger, das ist so ein Mist. Und warum? Es sind all diese Leute, die von Banksy beeinflusst sind und einfach nur Mist machen. und Aufmerksamkeit wollen und ihren Namen ganz groß auf ihr Werk kleben wollen, damit sie es verkaufen können. Und sie sagen, ich bin anonym. Und ich sage, du bist nicht anonym. Aber du hast dich entschieden, manchmal eine Maske zu tragen. Das ist etwas anderes. Du hast eine Mitgliedschaft im Soul House. Du bist nicht anonym. Kann man Banksy diese Entwicklung zum Vorwurf machen? Eher nicht. Was man ihm allerdings wirklich vorwerfen kann? Er hat Mr. Brainwash erschaffen. Ohne Banksy wäre Mr. Brainwash wahrscheinlich niemals erfolgreich geworden. Es gibt da diese Stelle im Film, die das beweist. Kurz vor der Eröffnung von Mr. Brainwashes erster Ausstellung, als alles zu scheitern droht. Aber dann kommt ein Fixer mit ins Team von Mr. Brainwash und dieser Typ rettet die ganze Ausstellung. Die Person, die sie angeheuert haben, ist jemand, der seit vielen Jahren mit Banksy in Verbindung steht. RJ Rushmore kennt den Fixer aus der Sprayer-Szene. Deswegen weiß er, was Banksy in seinem Film verheimlicht. Das war nicht irgendeine zufällige Person, die sie angeheuert haben. Man fragt sich also, inwieweit Banksy bei dieser Sache die Fäden gezogen hat. Ich glaube nicht, dass er das getan hat. Aber ich glaube, hinter der Geschichte steckt ein bisschen mehr, als man auf den ersten Blick sieht. Was steckt hinter der ganzen Geschichte? Bevor der Film herausgekommen ist, dachten einige, sie wüssten es. Denn damals ging ein irrwitziges Gerücht um. Mr. Brainwash ist Banksy. Getarnte Banksys Es gab also Leute, die vor dem Erscheinen von Exit Through the Gift Shop Mr. Brainwash Gemälde gekauft hatten. Nicht, weil sie sie für gut gehalten hätten. Oder weil sie Mr. Brainwash gemocht hätten oder so. Sondern weil sie dachten, das seien Banksys. Getarnte Banksys Deswegen zu einem sehr günstigen Preis zu haben und wahrscheinlich bald nach dem Filmstart Millionen wert. Nachdem der Filmplot bekannt ist, glauben das nicht mehr so viele. Und wer noch letzte Zweifel hat, erfährt durch die Recherche der Los Angeles Times, dass Thierry Guetta um die Jahrtausendwende ganz sicher in Südkalifornien gelebt und gearbeitet hat. Zu einer Zeit, als viele Graffitis von Banksy in Bristol und London aufgetaucht sind. Wenn Thierry Guetta und Banksy aber nicht dieselbe Person sind, wer ist dann Thierry Guetta? Ein gecasteter Schauspieler? Ich glaube nicht, dass es ein Drehbuch gab. Ich glaube nicht, dass dies die Art von Mensch ist, für die man ein Drehbuch schreiben kann. In einem Zeitungsartikel wird Banksy gefragt, ob sein Film echt ist. Was auch immer das heißen soll. Und darauf sagt Banksy einfach nur Yes. Und ein Stück weit muss der Film auch echt sein. Denn Exit Through the Gift Shop wird kurze Zeit später für den Oscar nominiert. Und zwar in der Kategorie Bester Dokumentarfilm. Thierry Guetta alias Mr. Brainwash pflichtet Banksy in einem Zeitungsinterview bei. Dieser Film ist 100% echt. Banksy hat mich dabei gefilmt, wie ich ein Künstler geworden bin. Am Ende bin ich dann sein größtes Kunstwerk geworden. Aber wenn das stimmt, wenn Thierry Guetta kein Schauspieler ist, dann muss dieser Dokumentarfilm einen großen Einfluss auf sein Leben gehabt haben. Und es ist so. Mr. Brainwashes Werke hängen heute in New Yorker Galerien, neben Originalen von Damien Hirst oder Picasso und werden für 300.000 Dollar gehandelt. Seine Bilder funktionieren immer gleich. Mr. Brainwash klaut berühmte Motive, gerne von Banksy, und sprayt sie über einen Hintergrund, der aussieht wie eine alte, komplett mit verschiedenen Tags und Schablonen-Graffitis bis sprayte Wand, über die knallfarbige Schlieren laufen. Eine Kakophonie fürs Auge. Damit ist er bis heute sehr erfolgreich. Erst durfte er das Cover für eine Hitsammlung von Madonna entwerfen, dann hat Rihanna seine Ausstellung besucht und gerade erst hat er ein ganzes Mr. Brainwash-Museum in Los Angeles eröffnet. Läuft bei ihm. Immer noch. 13 Jahre, nachdem Banksys Film über ihn herausgekommen ist. Doch wie ist es eigentlich mit der Oscar-Nominierung weitergegangen? Ladies and Gentlemen, Oprah Winfrey. Es ist der 27. Februar 2011. Hier im Kodak Theater in Hollywood werden heute die Oscars vergeben. Gerade betritt Talkshow-Host Oprah Winfrey im langen Glitzerkleid die Bühne. Ihre Aufgabe ist es, gleich eine Karte aus einem Umschlag zu ziehen. Darauf steht ein Filmtitel. Der Gewinner des besten Dokumentarfilms 2011. Die Kamera zeigt Kurzgesichter einiger Nominierter im Publikum. Kein Mann mit tief ins Gesicht gezogenem Hoodie mit dabei. Die Veranstalter der Oscar-Verleihung haben Banksys Anfrage abgelehnt. Er darf nicht mit Affenmaske erscheinen. Die Gefahr ist zu groß, dass Betrüger ihn nachahmen. Und wenn da fünf Menschen mit Affenmasken auf die Bühne steigen, wem geben sie dann den Preis? Banksy scheint nicht beleidigt zu sein. Immerhin sind in den Wochen kurz vor der Verleihung mehrere Graffitis von ihm in der Stadt aufgetaucht. Oder ist das eine Kampfansage? Ich bin mit dem Konzept von Preisverleihungen nicht einverstanden, aber ich bin bereit, für die, für die ich nominiert bin, eine Ausnahme zu machen. Das letzte Mal, als ein nackter, in Gold bemalter Mann bei mir zu Hause war, war ich das. Ist Banksy heute hier? Was passiert, wenn er gewinnt? Kommt er auf die Bühne? Aber wie? Und der Oscar geht zu... Inside Job, Charles Ferguson und Audrey Mars. Das war's. Alle Fragen haben sich erübrigt. Banksy gewinnt den Oscar nicht. Aber war er überhaupt im Publikum? Oh ja, sie waren da. Das ist alles, was ich sage. Ich weiß, dass sie bei der Oscar-Verleihung dabei waren. Die Filmcrew war da. Ich bin nicht hin. Ich war nicht eingeladen. Aber ja, Banksy war dort. Das ist Pablo Fiasko aus der vierten Folge, der anonyme Graffiti-Künstler, der mit Banksy zusammengearbeitet hat. Genauer, er hat den Job von Thierry Guetta übernommen und das Intro zum Film geschnitten. Mit all dem tollen Videomaterial von den Best-of-Aktionen der Sprayer der letzten Jahrzehnte. Wie hat er es geschafft, dort zu sein, ohne im Medientrubel erkannt zu werden? Es gibt eine Menge Leute, die zu den Academy Awards gehen. Tausende von Menschen. Nicht jeder, der hingeht, ist berühmt oder bekannt. Was dafür sprechen könnte, dass Banksy eine unscheinbare Person ist. Kein berühmter Musiker wie Robert Del Naya. Kein bekannter Galerist wie Robin Barton. In dieser Folge habe ich euch gezeigt, wie aus allem Gold wird, was Banksy anfasst. Egal, ob es ein verstaubtes Provinzmuseum in Bristol ist oder ein unbedeutender Typ wie Thierry Guetta alias Mr. Brainwash. Sobald Banksy im Spiel ist, fließt das Geld. Gefühlt müsste dieser Film der Endpunkt für Banksys Karriere sein. Denn wie kann es weitergehen, wenn er allen gezeigt hat, dass Graffiti von kapitalistischen Interessen komplett vereinnahmt ist? Banksy muss also beweisen, dass er es immer noch kann. Auf seine Weise. Er muss endlich wieder was Illegales machen. In den Straßen. Er reist dafür in eine gefährliche Gegend für Sprayer. Zur Wiege des Graffiti. Nach New York. Dem Bürgermeister der Stadt gefällt das gar nicht. Auf privates oder öffentliches Gelände zu laufen und es zu verunstalten, das ist nicht meine Definition von Kunst. Er wurde zu Banksys größtem PR-Agent, weil er gesagt hat, lasst uns Banksy loswerden. Und es stand dann auf der Titelseite der Zeitung. Diese Art von Werbung kann man sich nicht kaufen. Banksys Werk. Nichts anderes als eine gelungene Marketingkampagne? In New York würde es sich zeigen. Ich bin Orthron Schütz und das war Banksy. Rebellion oder Kitsch? Folge 6. Rache an der Kunstwelt. Ein ARD-Audiothek-Original von rbb-kultur. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt. Idee, Autorin und Host Orthron Schütz. Dramaturgie und Storyberatung Sarah Meinhold. Projektleitung und Redaktion Roman Ruthart und Rumi Sigmüller. Executive Producer rbb Jens Jarisch. SprecherInnen Peter Becker als Banksy. Kim Neubauer, Martin Brettschneider, Max Hegewalz und Bernd Moss. Technische Realisation Nikolaus Löwe und Martin Scholz. Regie und Sounddesign Giuseppe Maio. Die Entstehung des Podcasts wurde gefördert durch Neustart Kultur. Derawates Die Entstehung des Podcasts qui她 appearance Da zwischischFil Если die EFolik- לאצ�Folik- Vielen Dank.